Die Rabona-Flanke sieht nicht nur spektakulär aus, sondern kann einem Spieler die eine oder andere gute Torchance bieten. Um die Rabona-Flanke auszuführen, braucht es einen Spieler mit der Eigenschaft Flair, wie zum Beispiel Neymar oder die Maria. Drückt und haltet die Flair-Taste und betätigt dann die Flankentaste. Zudem müsst ihr den linken Stick in die Richtung drücken, in die ihr flanken wollt. In diesem Beispiel nach unten oder hier nach oben. Noch einmal. Im Ballbesitz nahe des Strafraums die Flair-Taste gedrückt halten und dann die Flankentaste betätigen. Zudem müsst ihr den linken Stick in die entsprechende Richtung, in die ihr flanken wollt, schieben. Wenn euch dies gelingt, könnt ihr so die Defensive gut austricksen und bestenfalls ein wunderschönes Tor genießen. Oder auch nicht. Viel Spaß!